Ich begrüße euch zu meinem dritten Sondervideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema, das AfD-Paradoxon. Die AfD ist eine der erfolgreichsten Parteien der letzten Jahre. 2017 als drittstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag eingezogen, setzte ihre Arbeit fort, die bereits in zahlreichen Landtagen begann. Seit die AfD am 31.08.2014 in den Sächsischen Landtag eingezogen ist, setzen sich die Rufe der anderen Parteien vor. Die Rufe wurden fortgesetzt nach dem Einzug der AfD am 14.09.2014 in die Landtage Brandenburg und Thüringen, am 15.02.2015 in die Bürgerschaft in Hamburg, am 10.05.2015 in die Bürgerschaft Bremen, am 13.03.2016 in die Landtage Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, am 4.09.2016 in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, am 18.09.2016 in das Abgeordnetenhaus Berlin, am 26.03.2017 in den Saarländischen Landtag, am 7.05.2017 in den Landtag Schleswig-Holstein und am 14.05.2017 in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Nach dem Einzug in den Bundestag, nach der Bundestagswahl am 24.09.2017, ging es dann weiter mit dem Einzug in den Niedersächsischen Landtag am 15.10.2017, am 14.10.2018 in den Landtag Bayern und am 28.10. in den Hessischen Landtag. Ab dem Zeitpunkt war die AfD in allen deutschen Parlamenten vertreten. Die Rufe verstummten nicht, als die AfD 2019 in Bremen, Sachsen, Brandenburg und Thüringen sowie 2020 in Hamburg erneut eingezogen sind. Unaufhörlich hört man den Ruf, man wolle die AfD inhaltlich stellen und entzaubern. Wie stehen aber die Bemühungen der anderen Parteien aus, sich inhaltlich mit der AfD auseinanderzusetzen? Bei Begegnungen im Flur der Parlamente und im Plenarsaal wird das Geben der Hand durch die Abgeordneten anderer Parteien überwiegend verweigert. Allerdings nur gegenüber Abgeordneten der AfD. Selbst das Begrüßen durch Nennung der Tageszeit bleibt aus. Abgesehen davon, dass ein solches Verhalten von einer schlechten Kinderstube zeugt, ist man da kommunikativ weiter von einer konstruktiven Arbeit entfernt, als es dem Ziel dienlich ist. Als Grund wird immer angegeben, mit Abgeordneten der AfD nicht reden zu wollen. Wie will man jedoch einen politischen Gegner inhaltlich stellen und entzaubern, wenn man sich weigert, miteinander zu reden? Es macht den Eindruck, dass die besseren Argumente auf der Seite der AfD zu finden sind und das beweist die fehlende Gesprächsbereitschaft, inhaltliche oder entzaubernde Positionen bei den anderen Parteien nicht existieren. Man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, die anderen Parteien fürchten die Auseinandersetzung, wohlwissend, dass sie unterliegen werden. Ein Blick in die Parteiprogramme anderer Parteien und dem der AfD zeigt, dass das Programm der AfD sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Programm der CDU unter Helmut Kohl aufweist. Nimmt man aktuelle Forderungen aus Programmen in den Fokus, so steht die FDP der AfD sehr viel näher als jede andere Partei in den Parlamenten. Überlappungen gibt es noch bei den Freien Wählern und der CSU. Unter der Führung von Angela Merkel hat die CDU viele bürgerliche Positionen verloren, obwohl sie noch immer Teil des Programms sind. Sie kommen nun nicht mehr zur Geltung. Zumindest nicht auf Bundesebene. In einigen Landtagen kann man auch noch von der CDU von einer bürgerlichen Partei reden. Ein Video über Angela Merkel findest du oben unter dem i. Zählt man die Wählerstimmen der bürgerlichen Parteien, wozu ich ausdrücklich auch die AfD zähle, zusammen, so wäre die Mehrheit sicher und die gefährlichen linken Strukturen hätten erheblich weniger Einfluss. Anstelle sich zu bekriegen, sollten die bürgerlichen Parteien, also CDU, CSU, FDP und AfD, zusammenarbeiten gegen die linke Gefahr. Ein Video über die linke Gefahr findest du oben unter dem i. Jetzt versuchen genau jene, die ständig schwächeln, teilweise um ihren Einzug in die Parlamente bangen, die AfD zu bekämpfen. Dafür stimmen diese Parteien sogar gegen die Inhalte ihrer eigenen Programme und somit gegen die eigenen Interessen ab. Und dieses mit einer Fadenscheinigkeit, die kaum zu übertreffen ist. Es hat sich mittlerweile eingespielt, dass Anträge der AfD nicht angenommen werden, unabhängig ob die Position dieselbe ist oder nicht. Da Partei- und Wahlprogramme ein Wahlversprechen darstellen, ist es aus meiner Sicht ein Betrug am Wähler, wenn man ablehnt, wofür man gewählt wurde. Um diese mittlerweile gängige Praxis zu umgehen, wird zwar gegen den AfD-Antrag gestimmt, es wird aber kurze Zeit später erneut durch eine ablehnende Partei selber dieser Antrag abgeschrieben und eingereicht. Es geht hier demnach bei der Entscheidung nicht mehr darum, über was abgestimmt werden soll, sondern nur noch, wer einen Antrag einreicht. Aus meiner Sicht ein nicht tragbarer Zustand. Die Arroganz, Anträge der AfD abzulehnen, hat in kürzester Vergangenheit dazu geführt, dass Bürgern die Grundrechte über ein vertretbares Maß hinausgenommen wurden. Der lange Lockdown in der Corona-Pandemie hätte durch Annahme von Anträgen der AfD verhindert werden können. Die Einschränkungen sind heute noch spürbar und aktuell. Die Bürger sehen, dass auch mit unlauten Mitteln gegen die AfD gekämpft wird. Sichtbar wird mit jeder künstlichen Aktion gegen die AfD die Zustimmung größer. Man kann sogar unverblümt sagen, je mehr gegen die AfD gekämpft wird, umso stärker wird sie. So sind die ständigen Waldkampfhelfer in den Reihen der AfD-Gegner. Um jemanden inhaltlich zu stellen, muss man mit demjenigen reden. Um jemanden zu entzaubern, darf man denjenigen nicht zum Opfer machen, durch unlaute Maßnahmen und Verleumdungen. Die AfD ist genau wie alle anderen Parteien durch demokratische Wahlen in die Parlamente durch den Bürger gewählt worden. Alles, was die AfD macht, prinzipiell abzulehnen, also unsachlich zu arbeiten, bildet nicht mehr das ganze Volk im Parlament ab. Die Wähler der AfD werden durch die anderen Parteien ignoriert. Genau wie die eigenen Wähler sollten Programminhalte denen der AfD gleich sein. Das ist demokratiefeindliches Verhalten. Zum Thema direkte Demokratie findest du ein Video oben unter dem i. Es muss endlich Schluss sein mit der Stigmatisierung anderer Abgeordneter. Entscheidungen sollten nur inhaltlich und nicht ideologisch, also wer eine Initiative hat, getroffen werden. Gegen die Argumente der AfD kommen keine anderen Parteien an, ohne beleidigend oder ausgrenzend zu werden. Wo ist eure Toleranz und Offenheit, wenn es um die Positionen und Vertreter der AfD geht? Ich halte das Verhalten der anderen Parteien für schändlich, wenn nicht langsam angefangen wird, auch die AfD und ihre Vertreter normal zu behandeln. Die Spaltung der Gesellschaft, begründet auf ideologische Dogmen, verbreitet durch die anderen Parteien, trägt ihr weiteres dazu. Spalten und Herrschen war schon bei den alten Römern eine bevorzugte Strategie. Wer Toleranz predigt, sollte jedoch keine Spaltung vorantreiben. Treibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.